Nee, warte, warte, warte. Hallo! Warte, ich muss erst mal auf dich fokussieren. Warte, bleib mal da stehen, ja. Bist du fertig? Ja, aber warte, stell dich noch mal hin. Noch mal zu, hier, dass du wirklich scharf bist. Aua! Oh Gott, ey! Ich habe fast ein Kucke geschlafen. Und es wäre super, wenn ihr auf den Klick in der Infobox klickt, weil dann... Das ist auch total... Auf den Klick in der Infobox klickt, aber ist ja egal, passt auch zu der Bühne. Okay, guck mal. Habt nicht diesen Rückenkratzer von eurem YouTube-Star. Klaugen wohl. Wie ein Kacka. Ich brauche das mal drüber. Danke. Warte. Du musst ja lachen. Mach's bitte noch mal. Mama! Alles nie? War voll gut. Nimm kurz da wieder. Aua. Ist es nur beim Mio Kacka Shop zu erhalten? Ja. Nein, nein, nein. Es gibt nämlich... Es gibt zwei Variationen. Ah ja. Ha! Katsching auf meinem Konto. Also... Ich habe einfach mal lachen. Ich lache. Wie lachte, oder? Ja. Hast du lachen? Ja. Hast du lachen? Ich glaube, die fragen uns, ob wir das mal machen möchten nach dem Video, oder? Ja. Ich weiß noch gar nicht, da kommt eine Anfrage. Ja, ihr habt das noch toll gemacht, aber ihr habt den Job falsch geschrieben. Das ist ja super, wenn wir euch unsere Schule begrüßen dürfen. Ja. Ah. Habe Power. Jetzt habe ich das in die Haut. Mach es noch einmal, dass ich glaube, dass Mia Kacka filmen kann. Musik Was? Haha. Mach alles drauf. Ich will die ganze Zeit, was geht jetzt los? Sag nochmal alles. Okay. Yay. Das ist ja geil. Wir waren ja auch so tolles Schreien angefangen. Die werden uns alle hassen. Schlagt zu, meine Mio-Kacka-Freunde, denn das ist so toll. Juhu, Miau, Mio, also. Ja, Mio-Kacka. Warte. Wollt ihr ein Go? Achso, du brauchst ein Go, ja. Go. Du machst mal lieber noch einmal. Gott, ich muss mal so wachen, dann muss ich mal gucken. Wenn ihr das anzündet, riecht einfach der ganze Raum nach Scheiße. Oh Gott, was soll ich denn so sagen? Sag mal noch Mio-Kacka-Pick. Ach, also, ich glaube, ich habe das selten gesagt. Stimmt, das habe ich gesagt. Ja, okay. Da kann man ja das schnippen. Oh, was du da nicht lassen musst. Das war sehr cool. So toll und klickt auf den Link und make me rich. Sehr gut. Soll ich nochmal Geld auf dich ringeln, was du so weit? Wenn ihr diese Kerze nämlich anzündet. Ich habe es nicht so anzündet. Das ist nicht lustig. Was ist denn das eigentlich? Oh, es ist ja eigentlich noch meine Zeit. Ich wollte nur einen Kommentar nicht sagen. Mio-Kacka. Mio-Kacka. Versteht man das auch? Ich glaube schon. Mio-Kacka. So. Warte. So. Machst du die dünnsch ist oder die normale Spiegelung? Das ist dünnsch ist. Ja. Okay. Dann leuchtet sie. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mal kacken und putz mich mit dem Geld ab, weil ich hab ja so viel davon. Ich hab mir fast in die Hose gemacht. So, und hier kommst du natürlich nochmal zum Original-Video, zu unserem Mio Kaka-Video. Ich hoffe, ihr habt den Witz dahinter verstanden, nehmt es nicht zu ernst. Es war wirklich einfach nur ein kleiner Spaß von uns, eine kleine Parodie. Und daneben verlinke ich dir einfach noch meine letzten beiden Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss!